Hallo und Willkommen zu einer kleinen Folge Let's Play! Oder wo vertreiben wir Spiele-Missionen? Also zusammen ich und Aykai. Ich bin unten, Aykai ist oben. Wie nochmal? Tina playt nicht was? Das ist ein geiler Name. Ups da. Versucht diesmal vielleicht nicht so schnell zu sterben. Jetzt will er. Waaaaa! Da ist noch einer mit so einer scheiß AA-12. Diese Schrottflinte. Und er ist tot. Nein! Dafür ist jetzt so wenig Platz. Ja wow wir sind ja auch auf einem Flugzeug. Es ist schon allein unlogisch, dass wir auf einem Flugzeug fighten. Jetzt ehrlich. Oh sorry ich dachte da wäre noch nicht. Ah ich habe aber einen Beton hinterm Fenchel. Diese Schrottflinte ist echt gut. Oh da ist noch eine. Hast du eine? Ja die AA-12 musst du nehmen. Warte. Nein da ist ja einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Wo ist denn der? Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Achtung Scheiße. Du bist nicht beschossen. Beneg mich. Los. In die Deckung. Schotflinte darf ich. Ich habe die schon. Ich auch. Ich brauche nur einen Muni für die. Ich habe keine mehr. Ne egal. Granate. Oh jetzt habe ich auch eine gemacht. Sind tot. Gut. Cool. Nach dem zweiten. Da ist noch einer. Achso. Mach du den. Oh. Der auch noch. Achso. So. Nein. Na die große Frage ist ja eigentlich wie ist man aufs Flugzeug gekommen. Ja. Ich glaube das hat man. Das hat man. Beide Spiele müssen natürlich sein. Okay. Dann mach. Ne. Ich muss es machen. Achtung. Jetzt müssen wir wieder gleich zurück rennen möglichst. Und wieder zurück in die Deckung. Ich kann nicht. Ich auch nicht. Weil es noch Zeit nicht ist. Egal. Okay. Jetzt schnell in die Deckung. Bist du in der Deckung? Ne. So. Jetzt bist du in der Deckung. Nein. Jetzt nicht. Jetzt schnell in die Deckung. Genau. Gut. Cool. Achtung. Da sind richtig viele. Nein. Ziel verloren? Hä? Na fuck der ist gestorben. Wahrscheinlich weil wir mit einer Schotflinte reingeballert haben. Ja stimmt. Nein. Du hast mit der Schotflinte geschockt. Ah das ist meine Lieblingsszene. Wie man die alle verficken. Weil das so unfair leicht ist. Ich nehme mir direkt jetzt schon die A12 Schrottflinte. Ach Schrottflinte. Nein. Fuck. Ja jetzt. Die hat leider bloß so wenig Musik. Das stimmt nicht mal dass wir im Cockpit sind. Doch vielleicht kommen wir vom Cockpit. Ach du. Ich werfe eine Blend rein. Ist schon drin. Alter diese Schrottflinte ist echt gut. Die Missionen sind auch echt schwierig. Ich glaube wir spielen gerade sogar aus Versehen auf Veteranen. Ich habe das letztes Mal versucht, andere Menschen auf Veteranen durchzuspielen. Aber das ist gar nicht so schwierig. Ich glaube nur wir sind hier Moves oder was. Nein. Es ist eigentlich, wenn man alleine spielt und Checkpoints hat ist es nicht so schwierig. Aber wenn man es jetzt wie wir hier spielt, dann ist es doch schwierig. Ey die Waffe die du gerade hast, die habe ich ja auch mehr im Multiplayer. Ich habe gerade nur einen Moni. Nimm nicht die Schott, wenn wir mehr im Präsidenten sind. Ja nehm ich die. Ich stehe einfach hinter dir. Kacke. Ich habe nicht mehr. Ich habe eine Blend rein. So. Wo sind die? Ah da ist der eine. Da ist der zweite. Ich nehme jetzt noch eine Stoffel. Warte ich nehme kurz eine andere Waffe. Nein. Kacke. Jetzt. Jetzt. Jetzt dürfen wir. Okay jetzt. Machen wir den Vorstoß. Aber ich habe wenig Leben ja. Achtung wir dürfen nicht. Achtung jetzt wieder zurück zurück. Ich kann nicht. Mach ich versuch's ja auch. Ist aber ich. Soll ich die töten? Ja. Ich kann nicht wiederbeleben. Das sind gute Taktik, schätze ich. Du kannst dich töten lassen. Es ist. Ach so. Wir haben nur begrenzte Zeit. Das ist es. Ach so. Deswegen ist die Mission gescheitert. Oh fuck ich bin tot. Nimm ihn. Ich kann ihn nicht. Ja. Erfolgreich. Ah. Mission erfolgreich. Okay. Ah. Okay dann drücken. Dann würde ich sagen wir enden hiermit die Folge. Nicht mal noch ein bisschen unten. Nein. Ja cool. Okay. Dank fürs Zuschauen. Abonnieren. Ciao. Haut raus.